Ja, herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Heute könnt ihr euch bewerben, um eine Stelle als Mitarbeiter im Holiday Park in Minecraft zu bekommen. Eigentlich werden noch alle Stellen vergeben außer des Freefall Towers, denn dieser funktioniert momentan noch nicht. Genauso wenig wie das Karussell. Ja, nun mal alle Sachen, die nicht fahrbar sind, brauchen wir ja keine Leute, keine Mitarbeiter. Zudem ist jetzt auch noch, was ihr in der nächsten Let's-Show-Folge sehen werdet, endlich die Wasser-Ski-Show da, wo ihr euch bewerben könnt als Schauspieler und als Sound-Effekt-Hersteller. Ja, das gibt's anders zu sagen. Da wir uns ja dem Ende nähern, unserer Let's-Show-Reihe, hätte ich eine Frage an euch. Welchen Park soll ich als nächstes machen? Ihr könnt unten in die Kommentare schreiben, aber bitte kommt nicht mit dem Europa-Park, denn das ist eine Stufe zu hoch und daran sind auch schon einige gescheitert. Aber sonst, ich glaube, ihr kennt genügend Parks und ja. Von daher, tschüss, bis zum nächsten Mal. Das Let's-Show wird so rund am 28.06.2013 herauskommen. Ich glaube, solange könnt ihr euch noch gedulden. Dann bis zum 28.06. Euer BlubsterCraft Team. Tschau.